Kapitel 3, Episode 2, die Piraten gegen die CP9, oh ja Leute, es wird Zeit für die schon längst, längst fällige Revanche, was heisst längst fällig, ist gar ein Kapitel vorbei, aber egal, los geht's. Natürlich gegen die CP9, also schätz mal, werden alle vertreten sein, deswegen natürlich mit Luffy. Und er kriegt ein paar dazu, wo schon alles gemacht wird und noch, äh? Ich dachte, das hätte man jetzt ein paar bereits gemacht oder nicht gespeichert. Oh man, wie fisse, du 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 du. Das Problem ist, dass der Spieler gar keine automatische Speicherfunktion. Äh, doch automatisch schon halt manuell nicht, außer in den Kapiteln selbst, dort drin geht's dann, aber ausserhalb irgendwie geht's nicht. Das ist fiss, du 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 du. Äh, googelt relativ schnell, also keine Sorgen, werden direkt loslegen. Und vielleicht schon den ein oder anderen von der CP9 zur Schnecke machen. Und die nächsten drei, ja, 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 ja. So, Robben müssen wir genug Münzen haben, natürlich nicht. Den Rest lassen wir noch, Robben's Münzen selbst, nö, der Rest ist auch gut. So, Bearwax zum gemacht, gut, so Roy ist auch schon soweit, aber wie gesagt nicht mehr trainieren will, bzw. nicht mehr hier im Legenden Lock, die kommen eher im Freien Lock und so weiter dran, Chopper auch nicht mehr, das ist ein bisschen ablenkend mit seinem Flüsschen Getue und so weiter, aber egal, ich muss mal Level 20 bringen, nahm ich noch hinterher, ich weiß vielleicht noch mit ihr kommen, ja klar, zu wenig, Berryman, egal, Waffi rockt das! Josch, Rauka! Du musst gewinnen! Kapitel 3, Episode 2 Bye! Fränky奪還を望む Fränky一家と共に その途上 Soge Kingと名乗る謎のヒーローも一味に合流し 共にエニエス・ロビーに乗り込む すでにロビンはCP9司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた 二人が大監獄へと続く航路の入り口 正義の門をくぐってしまえば もはに仲間たちが海兵一万を相手に奮闘する中 ルフィはロビンが囚われている 四方の塔の手前までたどり着く しかしそこにはCP9の一人 ブルーノが待ち構えていた だめだ この先の海にまたこんなに強い奴が現れるんだら 俺はもっと強くならなくちゃ 仲間を守れねえ では どうする 力いっぱい戦う方法を考えた 誰も失わねえように 誰も遠くへ行かねえように お前はもう 俺についてこれねえぞ 何? 俺の技はみんな 一段階進化する いやっ セカンド ゴムゴムの ジェットピストル ゴムゴムの でっかい ゴー ジェットバズーカ ゴムゴムの このタコ海賊だ お前らが生きがったところで 結局何も変わらねえと思い知れ CP9の強さしかり 正義のもんの重みしかり 何より 今の俺には バスターコールをかける権限がある やめなさい それを押せば 何が起こるか分かってるの 生意気な口を聞くじゃねえか 20年前 オハラの考古学者たちが ポーネグリフの研究を進めていることを 察知した世界政府は 当時のCP9は 考古学者たちを捉えただけでは満足せず オロカにもバスターコールを発動した 結果 考古学と無関係の人々まで 巻き込んだ 島の存在そのものが 跡形もなく消し飛んだ 私から全てを奪い 大勢の人たちの人生を狂わせた たった一度の攻撃が バスターコール その攻撃が やっと出会えた 気を許せる仲間たちに向けられた 私があなたたちと一緒にいたいと 望めば望むほど 私の運命が あなたたちに牙を剥く 私の敵は 世界と その闇だから あのバッジを見ろ海賊ども あのマークは 4つの海と グランドラインにある 170国以上の 加盟国の 結束を示すもの 立てつくには お前らがどれほど ちっぽけな存在だか わかる ロビンの敵は よくわかった そげキング あの旗 打ち抜け 了解 まさか 必殺 ファイアバードスター やりやがった 海賊たちが 世界政府に宣戦報告しやがった 消費か 貴様ら 全世界を敵に回して 生きてられると思うなよ 望むところだ ロビン まだお前の口から聞いてね 行きたいと言え ロビン ロビン 望むには いけないことだと思ってた 誰もそれを 許してはくれなかった お前ら Ich will nur... ... was ich will... ... was ich will... Ich will nicht! Ich will auch... ... mit mir... ... mit mir! Ich will! Ich werde mich immer wieder helfen! Der Kampf gegen Wuhne ist ein bisschen epischer vorgestellt, aber okay. Ich hoffe nur, Waffen ist wirklich da auf mit Gear 2 und so weiter. Außer an einem Rennen, wieso bringt der mir das jetzt wieder? Das ist eigentlich nichts Neues, wa? Da bin ich mal gespannt, wie sie aussehen mit Gear 2 und Gear 3. Also, Gear 3 wäre natürlich noch nicht gegangen. Okay, wie gesagt, erstmal gucken, wie es genau aussehen mit Gear 2 und Gear 3. Also, Gear 3 wäre natürlich noch nicht gegangen. Da kann man auch ein bisschen wundern, ob Gear 3, äh, Gear 2 halt irgendwie schon selber aktivieren kann oder es irgendwie nur mit speziellen Münzen geht, haben wir auch schon von Pachtpiteln gesehen. So, jetzt hatten wir schon mal Zweifel. Jetzt bin ich doch mal gespannt, Momentchen, Momentchen, äh... Das war normal, okay, das ist einmal. Hier ist nichts mehr, nein, nein, hier ist einfach nichts mehr. Da sind die Moves ein bisschen anders. Ja, wir sind ein bisschen anders. Jetzt mal gucken, wenn ich länger drauf bleibe, vielleicht wenn beide aktiviert. Nö. Dann doch mal anders gucken. Äh, Mission-Infokampf-Geschichte. Ne, 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 ich hätte gerne, ähm, ja. Verdammt! Muss ich jetzt gerade irgendwie... Steuern anziehen, erhölt Schaden. Dann Gumm-Gumm-Kanonen, okay. Wo haben wir hier, äh, Gear 2 und so weiter... Gumm-Gumm-Windmühle. Gumm-Gumm-Hammer ist neu, speziell Gewehr. Aber jetzt mit speziell Gewehr 2 geht es wohl nicht. Ich muss recht separat freistellen, oder was? Pistole so auch, ja, ok, sind sie bereits auf Maximum, ja, ein paar Moves sind ein bisschen anders, das kommt aber noch, hey, dass der Gear 2, Gear 3 selbstständig einsetzen kann, ist ja ohne Münzen. Franky! Das wird er aber, du, 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 la, 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 denn wir sind unter wegs, um unsere Freunde zu retten, würde Ruffy alles tun. Hey, was hier los ist, und tschüss! Was ist, ein Riesen! Riesen, probieren Sie diesen, lieber nicht! Hm, das hast du gar nicht, die Full-Dies, das können auch total einfach. Drei Leisten kommen schon, wenn die Full-Dies sind, was ist dann los? Gung-Gung-Kanone, äh? Nö, trotzdem nichts. Hm, das wird der andere aktivieren, jetzt versuchst du mal zweimal draufklicken. Nö, auch nichts. Ja, unsere Mission war erfolgreich, ist das nicht einfach der Hammer? Du glaubst, ne, 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 wir sind immer noch hier. Also, das heisst immer noch, wir sollen nicht glauben, sondern es wissen. Äh, doch, nochmal. Achso, das war Frankie, da wäre Robin gewesen, aber wir wissen, dass er nahe war. Hau aus dem Weg, Leute, ich habe keine Zeit für euch. Jo, ein paar neue Moves hat Raffi echt drauf. Und, äh, Grand Finisher! Was wir einfach alles kriegen! So, äh, mit Frankie mal, wa? Frankie, unser allerlieblinger Cyber! Guck mal, bin da der Durf, wir kommen! Deine Friends sind unterwegs! Jo, Mann, so geht das, dass Frankie greitet! Natürlich! Na dann schnell hin! Loki! Spiele können wir euch nicht gerne. Toll, ich sehe nichts mehr, wo ich hin muss. Ah! Na guck mal an, was da noch alles ist. Servus, Freunde! Ihr seid sowas von dem Arsch! Super! Super! Au, das könnte... Wow, 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 wow! Frankie ist ein Held, der jedem gefällt. Oh, das war's! Oh, das war's! Oh, das war's! Ich wurde erinnert. Oh, das war's! Ist doch, dass du dich bereitst produits, das ist. Das war's für ein Wissen. Und, dass du dich fertig gemacht hast, was für dich in den letzten Jahren nicht! Ähm, Sorgen King, nicht Lusser, Lusser bis nicht hier. Ich muss ja vielleicht enttäuschen, Kumpel. Ich finde, ich werde jetzt Sanchi übernehmen. Oh, lieber weg hier. Oh, falsche Richtung, nein! Wohl doof. Wow, 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 wow! Ich dachte, er wäre ausgewiffen. Alter, so schnell! Alles vorbereitet! Ja, Frecky ist geil drauf! Alles klar, machen wir gleich. Erstmal hier noch gucken. Ah ne, noch schön drin. Oh, ein bisschen mehr Power. Ey, das wird wehtun! Sanchi gehört dir! Ups! Muss gar nicht mehr weitermachen. Ich bin schon dabei! Schon dabei! Und da ist auch Ikki! der Niki! Echi der Nicky! rightly decir! Daun, Daun! Alp, da ging das schnell! Kamehshio, Kamehshio! Ne, wo ist denn mal ein Sancho dran? Du, 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 du... Äh... Kann ich ja nicht... Ne, ich muss schon nach vorne! Oh oh! Wie willst du denn, haben wir noch? Mann, geh mir aus der Sonne! Ich hab keine Zeit für euch! Äh, das höre ich nicht so gerne! Ne? Ein wenig lag da! Scheiße, ich muss ja eh noch weg hier! Kann ich ja nicht umgehen? Backe, du, du! Ich hab dich nicht umgehen! Ich hab mich noch nicht umgehen! Ich bin der Nieda, das ist der Traumdug! Ich hab dich nicht umgehen! Ich hab dich nicht umgehen! War das knapp oder was? Ne, war viel zu knapp, wenn er zu sein. So, wir sind gleich voll. Wir sind eben noch ein... Was wir mit dem Wachen. Wir haben voll genug. Ja, wir haben auch gleich da vorhin, das ist kein Problem. So. Das ist vielleicht noch wichtiger, was wir gemacht haben. Keine Ahnung. Super! Ja, das ist nämlich Super! Von der Franky Super Style. So, wir sind auch gleich da. Er kommt nirgendwo hin. Ich bin gut. Ja, ich bin gut. Ich bin gut. Wo ist denn das? Das ist der dritte Seite. Ich kann es nicht überraschen. Ich kann es nicht überraschen. Ein Kampf der Bestien, Leute! Ich hau dich weg, Mann! Seid doch ziemlich easy aus der Fight, Leute! Autsch! Das ist aber zu easy. Na, look, hier irgendwelche Probleme. Scheisse! Ja, du mich auch! Leute, das ist wieder richtig übel hier im Kampf gegen Luki! Was macht der Typ, will unbedingt sterben? Wahrscheinlich schon. Ja, aber denkt mal, es wäre besser, wenn wir das im nächsten Part machen. Weil der Fall sicher länger dauern und sicher umso epischer werden. Hoffentlich mit Gear 2, Gear 3 und was sonst noch alles kommt, Das erfahren wir dann in der nächsten Episode! Bis dahin, tschau zusammen! Hilfe! Vergiss es! Nicht mit uns!